Herzlich Willkommen zu Hearthstone und zu einem Käsehändler. So witzig es sich anhörte, so furchtbar ist es. Tja, das kann ich alles brauchen. Na hurra, ich bin erst mal fertig. Oh, er hat mal. Diese Stadt und ihre Bürger werden euch bekämpfen. Und was war ich? Wenn ihr den Auktionator besiegt, könnt ihr den Hammer behalten. Verkauft. Passt lieber auf. Wenn ihr mich unterschätzt, könnte das ins Auge gehen. Ich sage dazu nichts. Es ist zu leicht. Kein Wort. Aus dem Weg, Gesinn. Keine Sorge. Er verspricht, dass sein Wohlstand nach unten durchsiegelt. Adel verpflichtet. Und nehmen wir den. Das war's. So. Es ist still. Zu still. Nee, warte. Weltliche Ängste kann ich nur... Na gut. Wie ihr einfängt. Wie ihr einfängt. Ja, das kann ich aber nicht machen, weil hier kein Diener da ist. Hm. Wen schicke ich denn? Ja, der kann aber sowieso nicht gleich angreifen. Die können alle nicht gleich angreifen. Tja. Wie ihr einfängt. Wie ein Dieb geht glaube ich auch nicht. Ach, der hat kein... Wie sagt er jetzt kein Eifer? Na gut. Ich kann keinen verstohlenen Diener angreifen. Das ist so zum Kotzen. Ich kann keinen verstohlenen Diener angreifen. Warum nicht? Das ist doch... Oh, das gibt's doch nicht. Das darf doch nicht wahr sein. So. Dann nehmt er nur einen Schaden. Dann du. Wir bauen alles komplett wieder auf. Unser größter Verteidiger ist die Sturmwind selbst. Puh, ihr steht doch mit dem Rücken zur Wand. Was brauche ich jetzt? Hm. Die Lage ist brisant. Das gibt nicht mal einen Krass ab. Na toll. Ah. Bitteschön. Auf geht's. Das war's. Wir bauen alles komplett wieder auf. Es nervt. Na, die hat wieder zu viel. Tja, was soll ich machen? Leben bedeutet schnell. Und zu unterrichten ebenso. Ach komm, dann ist die weg. Das war's. Blödes Mistvieh. Was ist? Ziel ausgeschaltet. Ich. Nichts. Es war's. Das war's. Aber das war's. Das war's. Wow. Äh, hallo? Warum mache ich mir die Mühe? Was? Kein Trinkgeld? Wisst ihr, die Bank ist ein guter Ort, um eure Schätze zu erwerben. Seid ihr zum Kämpfen hier? Oder zur Finanzberatung? Vielleicht seid ihr an exotischen Waren interessiert? Ich bin daran interessiert, all eure Verteidiger zu besiegen. Warum mache ich mir die Mühe? Ja, warum? Baaah! 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 Ah... Unmöglich! Das war's. Die Rückgabe für's endet morgen. Man sollte im Kampf das Essen nicht kontrollieren. Ihr seid doch nicht ganz gebacken. Arsch! 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 Du! oh das war's das war's das war's Okay. Drei Gesundheit. Kommt dir das noch auf? Das war's. Ich habe exotische Waren. Bezahlt oder verschwindet? Ihr solltet etwas kaufen. Es ist viel zugegeben. Tut mir leid, ich schau mich nur um. Kommt dir das noch auf? Ja, ja, schlusige Kickerlitzchen. Die Rückgabefrist endet morgen. Mehr Knochen zum Laden. Das gibt nichts mehr. Die Rückgabefrist endet morgen. Nein, 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 bitte nicht. Ich habe fast keine Karten mehr. Ich habe fast keine Karten mehr. Ich habe fast keine Karten mehr. Flut. Ne, ich bin... Mann, ich war fast... Benachrichtigt Meister Shaw. Die Bedrohung wurde neutralisiert. Die weltlichen Ängste... Ja, naja, okay. Warten wir mal. Ich habe eine Fehlzündung gezogen. So fühle ich mich auch manchmal. Fehlzündung. Noch eine Fehlzündung. Und was wollt ihr tun? Mich mit Väter bewerfen? Gut. Ja, ja. Losige Kickerlitzchen. Hahaha. Ein gutes Geschäft. Passt lieber auf. Wenn ihr mich unterschätzt, könnte das ins Auge gehen. Ich sage dazu nichts. Gibt das? Es ist zu leicht. Ah. Seelendieb geht auch nur über... Das kann ich nicht anvisieren. Fantastische Preise! Okay. Das war's. Bezahlt oder verschwindet. Ihr solltet etwas kaufen. Er hat nicht den ganzen Tag Zeit. Tut mir leid. Ich schau mich nur um. Fantastische Preise! Ja, ja! Du sieg den Kickerlitzchen! Ist still! Zu schnell! Was ist? Was ist? Das war's. Objektivität nicht eine Schauer. Das war's. Oh! Es bin ein Gesang. Oh! Fantastische Preise! Fantastische Preise! So, was hat er denn? Das ist ein gewöhnlicher. Das sind alles gewöhnliche. Okay. Das ist ein gewöhnlicher. Das kann ich nicht anvisieren. Ja, Entschuldigung, ich wollte es nur noch mal probieren. Fantastische Preise! Okay, meine ganzen Wichtel sind weg. Meine ganzen Wichtel. Meine schönen Wichtel. Die haben so viel Angriff. Den Rättenkönig werdet ihr nie überdauern. Keine Könige, nur ungeziefer. Mehr Klachen zum Namen! Ah! Fantastische Preise! Ah! Betalt oder verschwindet! Man sollte im Kampf das Essen nicht vergessen! Ihr seid doch nicht ganz gebacken! So! Fantastische Preise! Er hat nur einen Angriff, das bringt nicht viel. Okay, naja. Okay, naja. Mehr Klochen zum Namen! Warum mache ich mir die Mühe? Mehr Klochen zum Namen! Mehr Klochen zum Namen! Ach toll! Wie mache ich ihn jetzt? Das war's! Wir bauen alles komplett wieder auf! Unser größter Verteidiger ist Sturm Vincent! Pah, ihr steht doch mit dem Rücken zur Wand! Das war's! 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 Wir bauen alles komplett wieder auf! Wie kann ich euch helfen? Wisst ihr, die Bank ist ein guter Ort, um eure Schätze zu lagern! Seid ihr zum Kämpfen hier? Oder zur Finanzberatung? Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das gibt nicht mal einen Kratscher! Es ist still. Zustell. Ihr müsst nicht alles wissen. Ich habe exotische Waren. Vielleicht seid ihr an exotischen Waren interessiert. Ich bin daran interessiert, all eure Verteidiger zu besiegen. Meine Bruch wird überleben. Ich habe nur die beiden. Okay. Was ist? Ziel ausgeschaltet. Ich habe exotische Waren und Erdnüsse. Oh, Mann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020